Und schon das letzte Paar in der Bahn, Sir Fox mit Nina Hebeler. Herr Lorenz wird die Platzierung übernehmen. Und wir freuen uns mit der Siegerin mit einer großartigen Prozentzahl von 73 Prozent. An zweiter Stelle konnte sich Nina Hebeler mit ihrem Pferd Sir Fox platzieren. Und die dritte Runde ist Unbrunger mit Don Quichotte. Herzlichen Glückwunsch allen dreien. Macht weiter so!